Bist du die Able? Ja, Able. Able-Einheit. Was ich mich aber frage ist, was müssen wir machen? Müssen wir einnehmen oder müssen wir... Ne, müssen wir verteidigen oder sonst erst das Boot. Ja, wir müssen verteidigen. Die letzte Verteidigungslinie ist Uncle Red. In der Mitte bin ich gesporen und ihr? Ja, geht auch mal auf Einheitsfunk. Ich bin nicht in der Mitte gespawnt, ich bin außen gespawnt, Mist. Du bist ganz unten, oder? Ich bin oben, im Norden. Ja, Alter. Ja. Ne, ne, spawnt ihr ruhig in der Mitte, fast schon. Ja, klar. Ja, klar. Ach so, okay, okay. Läuft direkt, super. Perfekt der Starmer. Kann der Bissler werden. Ich meine, es gibt ja... Oh, da ist der Patrick. Patrick ist bei mir, Servus. Kleine Begrüßungsschüsse. Mal viermal, damit ich kurz hin. Sehr gut. So, also. Irgendwie sind auch irgendwie nur zu dritt auf diesem Server sehe ich gerade. Drei gegen zwei. Okay, dann weißt du was, Patrick hier ist gerade ein Aufklärungspanzer, ein schneller Aufklärungspanzer gespawnt, die nehmen wir. Und mit dem tun wir schnell alle Punkte abkrasen. Komm, das machen wir. Jawoll, machen wir so. Da ist er. Wo ist es dringend? Äh. Laut... Im Wasser irgendwie. Wo steht denn der? Ja. Ich sehe ihn nicht. Also, ich bin jetzt hier nicht informiert. 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 Genau. Hast du auch einen schnellen? Ne, der schnelle Aufklärungspanzer ist unten in eins. Der wird natürlich besser. Okay, okay, dann fahren wir zuerst mal. Ich denke mal, die Jungs, die Gegner werden erstmal das Haus da nehmen wollen. Ah, ne, das bringt eigentlich nichts. Wir müssen ja eigentlich eine gute Verteidigung aufbauen. Okay, Patrick, fahr du mit dem Ding los. Das ist ein Hasekasten, den du hast. Jetzt gibt's nur die Aufklärungspanzer. Und nimm ruhig die mittelschweren. Das passt eh. Ist ja eh ein Verteidigungsmatch. Das heißt, wir gehen einfach her. Ist nur noch ein Gegner da, sehe ich gerade. Das würde nicht so gut sein. Da kriegt kein Vorkopper jetzt alleine das Spiel zu spielen. Ja, aber ich meine, wir würden gewinnen. Wir stellen uns einfach da rein. Fahrt ihr los? So, in den weitest entfernten Punkt. Und ich versuche mir auch was zu spawnen. Vielleicht kommen ja auch noch Gegner rein. So, jetzt fahr' mal los. Mach das. Ja, bei Verteidigungsmatches bringt's echt mehr. Statt, dass wir alle in einem Panzer hocken, sondern dass wir jeder... Also wir fahren so geflutetes Haus, oder? Ach ne, Patrick, das Video soll doch nicht schon wieder festgefahren heißen. Ist ja wie der deutsche Aufklärungspanzer hieß? Luchs. Der Tiger, der Panther, der Luchs. Hat ihr mich gehört gerade? Nein. Ich hab' gesagt, wisst ihr wie der deutsche Aufklärungspanzer hieß? Das war der Luchs? Nein. Luchs, ja. Ja. Der Tiger, der Panther und der Luchs ist immer ne Raubkatze bei den Deutschen. Also ich bin unterwegs mit dem Fahrzeug, was 27 fährt. Immerhin nur noch ein Gegner drin. Ja, also die 3 gegen 1 ist dann auch witzlos. Schon ein bisschen, ja. Sollen wir nochmal rausgehen und nochmal neu spawnen? Oder sollen wir einfach das Ding gewinnen? Ja, ich hab' eigentlich die Hoffnung, dass hier noch Leute reinkommen auf diesen Server. Ich fahr' mal an die Front und dann gucken wir mal, was für die Sache ist. Ich mein, es sind noch 23 Minuten. Den Sieg können wir auch mitnehmen, wenn wir uns da vorne reinstellen. Jetzt poliert unsere Statistik auf. Gibt's ein... Gibt's irgendwie... Gibt's irgendwo noch so ne Overall Statistik irgendwo? Das hab' ich noch gar nicht gesehen bisher. Keine Ahnung. Wird mich mal interessieren, wie viele Infanterie-Kills und Panzer... Oh ja, es kam noch gegen... Jetzt sind die schon mal zu zweit. Oh nein, das sind die denn hier. Komm, ich bin so scheiße. Jetzt schluckst du ein Grab rein. Patrick. Ich bin voll verkackt. Das fährt nicht mal bevor und zurück. Also hier geht gar nicht mehr bei mir. Das ganze Komponente. Patrick, ich hab dich doch zu nem Profi auf dem Panzer ausgebildet, oder nicht? Ich weiß auch nicht. Ich glaub, mein Lehrer war auch noch mal Töpeln. Ich hab euch ja im Endeffekt alle irgendwo auf dem Panzer ausgebildet. Komm, jetzt wird ein bisschen mehr Müll gehen soll. Der... Der Marvin mit seinem langsamen Panzer da. Ich will... Der kommt vor mir an am Ende noch. Ja, das kommt gerade mit Horvath. Ich bin so ein bisschen aus so nem Schätzchenfarben. Ja, mit Ketten kannst du eigentlich schon überall durch. Ja, ich komm drüber. Deswegen ist es hier flitzen. Oder ist einer vor mir. Ja, der andere ist direkt vor mir. Ich verstehe ja nicht. Es ist immer nur noch ein mehr drin. Ich frag mich, ob wir gewonnen haben, wenn der auch noch rausgeht. Oder ob er uns den Sieg nicht lassen will. Warum bleibt der da drin? Ich fühl's dann lassen ausgegraut. Ich fühl's dann lassen ausgegraut. Dann musst du drin bleiben. Das ist wirklich ausgegraut. Ich hab keine Ahnung. Mann, ich hab das Gas drüben bekommen. Ich hab die Polizios, ey. Wer schreibt mir denn da? Ach, Julian Bachmann. Ich hab ja Wünschen. Ach so, wie du festhängst. Auf Patrick. Auf Patrick. Ich fäng auf genau da drin. Das sieht keine Chance. Guck mal hier, guck dir das mal an. Ich hab den kleinen Flanker selbst gebracht. Das ist echt so, dass er nicht hielt. Scheiße. Das ist echt so, dass er nicht hielt. Scheiße. Ist der Robin bei dir? Ja, der kam grad rein, weil ich schießen würde mich kaputt lassen. Toll, da hast du jetzt den Robin ja mal direkt demonstriert, was du kannst, Patrick. Du hast dir immer gezeigt, dass du am Link hast du auch gleich gekappt. Ja. Das ist ein großer Ranschen, oder? Ja. Ich bin im Verteidigungspunkt drin. Guck, dann hat man da stehen. Ich springe auf Richtung. Wie geil das ist. Es gibt einer, der gegen uns spielt und wir stellen drei Panzer da rein. Wenn zwei, ich hab meinen verloren. Das stimmt, ja. Du kannst auf der Hauptstraße stehen bleiben, Marvin, falls da einer kommt. Also du fährst im Endeffekt genau neben den Kreis und dann hast du die Hauptstraße im Klick. Ja. Ich hab den Wasserweg sozusagen im Blick gerade. Spawner Panzer auch so von selbst, wenn man das macht oder kommen die Antworten? Nee, nee, also leichte Aufklärung, ähm, leichte Aufklärungs- und ne, leichte Panzer, Aufklärungspanzer und mittelschwerer Panzer, die spawnen automatisch. Nur die schweren ist ordentlich automatisch, die muss man anfordern. Warum geht denn der nicht raus, der Kerl da? Der Molten zu sie, zu easy. Molten zu easy. Molten zu easy? Ja. Ja, auch cool. Molten. Kann man den irgendwie kontaktieren? Ich glaube nicht, wir können nur in unserer Einheit funken. Unsere Statistik ist auch gut. Das muss irgendwie ein Dreck-Server sein, wir haben alle einen mega hohen Ping, guck mal. Ich hab schon gesehen. Oh, eben war er rausgegangen, jetzt ist noch einer drin. Der Mefit. 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 So snippts, heißt der. Vielleicht greift der jetzt ja mal an. Ich steh hier breit im Turm und... Ich auch. Ich guck auch. Ich will mit der AP rein. Aber der Patrick läuft den ganzen Weg, der ist ja gleich da. Stimmt. Stimmt. Sehen wir. 115 Meter, Patrick. Und war das ein schöner Spaziergang? Patrick, wir hören dich nicht, du bist wahrscheinlich aus dem Funk raus. Jetzt kannst du echt gerne erzählen, was ich da wieder angestellt hab, ey. Sehr geil. Oh Mann. Es wäre ja nur ein bisschen asozial, wenn der andere jetzt Panzerabwehr ist. Oh, es kam noch jemand rein. Das ist ein bisschen. Hör dich, Patrick. Werden stecks nur am Panzer. Ach was? Ich suche ein Gegner. Fähr zwei mittlerweile sogar. Super. Ich bin auch mit so einem Kunst-Kopf. Das ist doch auch so. Ich seh ihn. Hau ihn weg. Ich seh ihn. Und? Nein, nicht getroffen. Der war hier vor mir. Nein. Ich mach jetzt die HE rein. Ich hab auch HE drin. Ich hätte die AP drin, weil ich nicht wusste, ob da ein Panzer kommt. Ja, ist der jetzt hier in unser Gebiet rein gerannt jetzt? Patrick, komm ruhig zu mir in Panzer. Du brauchst nicht ungeschützt da rumrennen. Kannst gerne zu mir kommen. Dann schochen wir den jetzt noch. Der war doch vorne, gell? Also... Da läuft der Rett. Der war direkt vor mir auf der Straße. Der ist jetzt bei mir eingestiegen. Weil ich glaube, es würde sogar mehr Sinn machen, wenn du beim Marvin einsteigst. Weil du wie du siehst, du hast bei mir keinen Geschütz. Ich bin ja nur ein Aufklärungspanzer. Dann sehe ich auch noch aus. Patrick geht rein. Patrick steigt wieder aus. Marvin, du kriegst das Besuch, es wird kuschelig im Panzer. Sehr gut. Wer schießt da? Ich war das. Wir haben zwei abgeschossen. Echt? Das waren die zwei. Ja, ich hab sie. Mit einer HI abgeräumt. Alle beide. Meine Statistik ist nicht so gut. Der eine ist aber wieder rausgegangen. Der hat keinen Bock mehr gehabt. Ja, ist halt schon geil. Oh, der hat auf Panzer gewechselt. Der hat auf Panzer gewechselt. Nur zur Info. Okay. Alles klar. Ich mach mal wie. Ich bin da. Ich wechsle auf AP. Ich auch. Weg damit. AP rein. Der kommt gleich um die Ecke und kriegt Licht auf den Sack. Jaja, der wird wahrscheinlich. Der kommt garantiert auf der Straße. Der kommt garantiert auf der Straße. Hast du Blick auf die Straße? Ich ne, aber ich mach mal folgendes. Ich fahr mal ein Stück vor, sodass ich ihn vielleicht früher sehen kann. Du musst den nur abräumen, du Arsch. Ich hab da richtige Dreckskanone. Marvin, ich hab da richtige Dreckskanone. Da kann ich viel abholen. Also wenn der nur... Einigermaßen... Also... Ich glaub, egal an welcher Stelle. Mit meiner Kanone könnte ich schießen, wohin ich wollte. Das wird nix. Oh, die haben drei Leute. Oh, oh, kehrt machen. Ich darf nicht weiter vorfahren. Ich fahr wieder zurück. Oh, da kommt einer. Da kommt ein Panzer. Dann hauen weg. War das denn... War das ein Panzer? Ich halte hier weiter meine Stellung. Falls sie hier kommen. Äh, schieß mal noch mal rein. Ich glaub, das ist ein Panzer, der hat sich festgefahren. Der zuckt noch. Ja. Der ist nicht kaputt. Ah, der ist gleich hammern. Sehr gut. Was ist das für ein Panzer? Ist der kaputt? Der zuckt immer noch. Nee, der ist nicht kaputt. Immer noch nix. Zuckt gar nix. Das hat letztes auch. Immer noch nix. Oh, bei mir kommt Fahrzeug. Ich hab, ich hab ihn. Ich hab ihn. Alter, ich hab da jetzt fünf Dinger reingeschnallt. Das gibt's doch gar nix. Da kam einer, da kam einer bei mir mit dem LKW gefahren und ich hab ihn erst mit dem MG vom Fahrersitz weggeholt und dann noch sein Fahrzeug zerstört. Nice one. Ich mein, die müssen doch auch denken. Ey, was sind das für Spacken. Die sind schon, die ganze Zeit zu dritt da drin. Einfach nur mit Panzern und warten da. Wenn ich die wäre, würde ich halt von uns vorbeifahren auf dem offenen Feld und wird von hinten an, das können die gar nicht. Die müssen ja einen Punkt nach dem anderen einnehmen, stimmt ja. Ja gut, doch, die könnten natürlich schon in einem anderen HQ spawnen, im Norden oder im Süden und nicht in der Mitte, um uns dann zu 100 zu geben von der Seite. Klar, das würde gehen. Aber die müssen halt diesen Punkt einnehmen, wo wir hier stehen. Das ist richtig, ja. Das schaffen wir gar nicht mehr in der Zeit. Ja. Den Sieg nehmen wir jetzt mit, ey, jetzt haben wir uns hier auch Mühe gegeben, oder? Ich mein, was soll's. Danach machen wir aber nochmal ein richtiges Match zum Abschluss. Da ist einer bei mir, da ist einer bei mir. Da ist aber einer bei mir. Sehr gut. Ich steig mal aus und such den. War der bei dir, oder was? Ja, ja. Ja, ja. Seid ihr aber übermütig, jetzt fein. Also wenn man es jetzt in demnächst nicht probieren kann, dann können wir es gar nicht probieren. Ich will jetzt, ich werde jetzt mal ein bisschen Infanterie-Action. Ich habe jetzt da nur eine Pistole. Patrick, verrat mich nicht. Ich bin hier. Nein, 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 fliegst du uns, fliegst du uns, fliegst du uns? Hat der was was mit? Ja, dann fliegst du noch mal hin. Patrick? Mann ey. Was? Ich bin schwer, ich bin schwer verwundet. Ich bin tot. Du kommst zu mir in den Panzer. Und wir gehen in deinen Panzer. Wo war der? Patrick, ich glaube, du kannst aber ziemlich weit vorne spawnen. Ja, genau bin ich. Ich bin direkt eins hinter euch. Ich habe ihn weggepistelt, yes. Mann, das war sauschlecht. Ich habe die falschen Nöffel gedrückt. Wir sind wieder zurück in den Panzer. Oh, das sind jetzt zwei, vier, sechs Leute. Oh, oh, da müssen wir uns jetzt konzentrieren. Jetzt geht's aber rund. Ja. Dann müssen wir uns... Ja, wir müssen jetzt einen verdammten Punkt halten. Ach, haben wir auch welche drin bei uns? ja alles klar ich halte meine linie ja ja ich mache jetzt keine experimente mehr hier ja steige ein ja ich sag mal so das wäre cooler wenn wir hier drei panzer hätten ich weiß patrick ich weiß wenn ich die wenn ich die wäre würde ich jetzt erstmal schön tige sporn und mich weg haben mit meinem kleinen hasenkasten hier ich bin froh dass ich mein infanterie-duell gewonnen habe hier irgendwas schießt ja ich hab's doch gehört irgendwo ist eine kugel gesurrt bist du am fahrer geschützt patrick ich habe zwei und ein fahrzeug ja wir haben jetzt ja mit ihr support bekommen infanterie support in der zone sehr gut ich habe die erde in der baumreihe die explosion gesehen diese aufgestiegen ist 1 a sache tja hier bei mir kommt keiner ja da habe ich einen gesehen da war ich zu langsam tja ich kann mich eigentlich recht entspannen weil bei mir kommt keiner ist auch gut so ach ja da können sie alle ziemlich entspannen entspannteste match jemals das kannst du laut sagen ja tatsächlich noch zu drütt ja dann geht es noch für drütt Minuten mich über den Ich frage mich, warum der Mephizos nicht mal mit einem Panzer ankommt. Ich glaube, der hat keinen, das ist das Problem. Oder er kommt von der Seite tatsächlich, weil er irgendwo außerhalb einen geholt hat jetzt. Also wenn das der Typ ist, der da gerade vor uns mit dem Panzer gefahren ist, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Der hat es immer geschafft, sich die Kanonen zu drehen. Okay. Der pflegt zu 4 Minuten 41. Ich höre was. Ich höre ein Fahrzeug. Oh oh, der ist hier reingefahren, ich bräuchte Unterstützung. Der ist du? Der macht mich mit Einfluss kaputt, Leute. Oh oh, ich gucke. Scheiße. Ich brauche Hilfe, Leute. Ich bin weg. Echt? Ja, haut ihn von der Seite weg. Fahrt außen rum und haut ihn weg, der steht in der Zone drin. Nicht, dass wir das noch nehmen, wenn es noch eine halbe Stunde geht. Warte, warte, stopp, 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 bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen, nein, stopp. Ja, 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 ich kann mich nicht nur parken. Leute, geht mal auf Gruppenfunk. Weiß, ich habe jetzt Panzerabwehr genommen, weil das Ganze in der Nähe ist. Ja. So. Der sucht uns, der sucht uns, findet uns aber nicht. Braucht ihr noch den Panzer? Ja. Ja, ihr müsst auf jeden Fall auch die Zone weiter halten. Weil sonst ist ja noch mehr jetzt gespawnt. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Der lebt immer noch, das gibt es doch gar nicht. So sehe ich nicht, ob wir das Ding einnehmen. Die nehmen das nicht ein, das ist doch der Karte. Wenn sich der Name des Punktes langsam rot färbt, dann haben wir ein Problem. Genau. Und das wäre so ärgerlich, weil es sind nur noch drei Minuten, ich will eigentlich aus, dass ihr so ein Match raus und ein richtiges Match mit euch. Ich sehe ihn übrigens. Der schießt, der schießt auch gleich auf uns. Der schießt auf uns, aber trifft uns nicht. Der trifft uns nicht. Alles klar, ich, 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 ich gehe von hinten an ihm dran. Ich habe eine, ich habe eine, ich habe eine, eine Panzerfaust. Also vorhin, man kann zwei Glied mit, ihr habt doch alles gekochen. Oh nein, ihr müsst die weghauen. Ich muss in Ruhe mit der Panzerfaust von hinten schießen können. Alter, der fährt weg. Wow, jetzt haben wir ein Problem. Ich habe ihn mit der Panzerfaust ausgeschaltet. Jawohl, sehr gut. Jawohl. Ich habe noch nie die Panzerfaust benutzt. Patrick, wo waren die anderen beiden? Rechts und links auf der Straße. Die sind zusammenglaufen und haben sich aufgespielt. Eines nach links ins Feld, der andere nach rechts. Okay. Warte mal, ich gehe mal, ich gehe mal, ich gehe mal den anderen auf den anderen Sitz. Ich habe zwei erschossen. Mit M1 gerannt. Jawohl. Hier war eben einer. Ich gehe mal da ins Haus. Ja, eine Minute 25, die haben keine Chance mehr. Ich gehe mal da. Ja, wir haben. Alright, cool. Awesome, Mann. Ich gehe mal da für einen Minion und wir gewinnen. Ja, ich denke so. Was ist der Pärsart da? Aber so far, sie kommen von dem Südwesten. Ja, wir waren gerade im Gruppenfunk wieder, da ist ja einer. Er ist unten. Er ist unten. Ja, wir können mal in den Einheitsfunk gehen. Ne, ich glaube ich bin ja außerhalb, oder? Ja, ich bin immer. Ja, das ist unser, das holen wir uns, das Ding. Ein bisschen geschenkt, aber wir mussten auch ein bisschen kämpfen am Ende, so ist es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020